Hallo, liebe Deutsch-Lernende! Gestern habe ich eine Fahrradtour gemacht und ich bin an den Berg hochgefahren. Ja, ich bin an den Berg hochgefahren und dabei musste ich mich sehr anstrengen. Ja, es war sehr anstrengend mit dem Fahrrad einen Berg hochzufahren und ich bin sehr lange gefahren. Ich habe fast vier Stunden gebraucht, ehe ich am Gipfel war und das war eine Höhe von 1600 Metern. Darauf bin ich sehr stolz. Also, ich bin sehr hoch gekommen und ich finde, es ist eine interessante Metapher auch fürs Sprachenlernen. Also, ich bin mit dem Fahrrad hochgefahren und immer, wenn ich keine Kraft mehr hatte, dann habe ich einfach die Bremse betätigt bei meinem Fahrrad und ich bin angehalten. Ja, aber wenn man eine Sprache lernt, dann kann man das nicht einfach machen. Ja, man rutscht praktisch den Berg wieder runter, wenn man eine längere Pause macht. Ja, also wenn du eine Woche Pause machst oder einen Monat Pause machst, dann wirst du sehr schnell das vergessen, was du gelernt hast. Ja, nach einem Monat ohne Übung wirst du wieder anfangen, Deutsch zu lernen und du bemerkst, dass du sehr viel vergessen hast. Ja, das ist leider so beim Sprachenlernen. Ja, man vergisst schnell, wenn man eine Sprache nicht trainiert. Okay, und deswegen möchte ich dich in diesem Video dazu anhalten. Ich möchte dich dazu bewegen, keine Pausen zu machen, sondern regelmäßig zu lernen. Denn im Gegensatz zum Befahren eines Berges, ja, im Gegensatz dazu, wenn man einen Berg besteigt, ja, kann man nicht einfach eine Pause machen und sich ausruhen. Ja, man gleitet wieder runter. Ja, man kann nicht einfach eine Bremse betätigen und sich davor bewahren, runter zu rutschen. Ja, man vergisst schnell. Okay, ich denke, ich habe dieses Konzept jetzt genügend erklärt und ich möchte dir auch davon erzählen, dass ich jetzt mehr und mehr Kurse produziere für die Authentic German Learning Akademie. Und wenn du wirklich dein Deutsch sehr verbessern möchtest, ja, wenn du effektiv Deutsch lernen möchtest, dann ist das wirklich der Ort, wo du das tun kannst, ja. Viele Leute mögen meine YouTube-Videos und sie wissen gar nicht, dass ich eine Akademie habe, wo man wirklich effektiv und strukturiert Deutsch lernen kann, ja. Manchmal bekomme ich Fragen, hey, Marco, wie mache ich den Konjunktiv oder wie lerne ich oder erzähle mir mehr über die deutsche Kultur und so weiter, ja. Und ich habe schon ganze Kurse über bestimmte Themen gemacht. Also, wenn du wirklich Deutsch lernen möchtest, wenn du bereit bist, den nächsten Schritt zu machen, dann tritt der Akademie bei. Besuche jetzt joingermanclub.com, ja, joingermanclub.com und du wirst dein Deutsch enorm verbessern. Ich sehe dich dort und bis morgen. Tschüss!